Was ist Magendarmblutung? Das Vorhandensein von Blutverlust entlang des Magendarmtraktes ist ein Zustand, der als gastrointestinale Blutung bekannt ist. In Verbindung mit einer Vielzahl potenziell schwerwiegender Erkrankungen können gastrointestinale Blutungen in unterschiedlichem Ausmaß auftreten, abhängig von dem Ort und der Ursache der Blutung. Die Behandlung symptomatischer Personen hängt von mehreren Faktoren ab und kann von Änderungen der Ernährung bis zur Operation reichen. Unbehandelt kann eine gastrointestinale Blutung tödlich sein. Es gibt eine Vielzahl von Erkrankungen, die zur Entwicklung von Magendarmblutungen beitragen können. Das Vorhandensein von Geschwüren und Rissen oder Tränen, die empfindliches membranatiges Gewebe betreffen, wird am häufigsten mit Blutungen entlang des GI-Trakts in Verbindung gebracht. Bestimmte Infektionen, angeborene Erkrankungen und Organperforationen können ebenfalls zur Entwicklung von Blutverlust beitragen. Personen, bei denen bestimmte Krebsarten diagnostiziert wurden, einschließlich solcher, die das Verdauungssystem betreffen, und Erkrankungen, die den Verdauungstrakt betreffen, wie beispielsweise Morbus Crohn, können symptomatisch werden. In einigen Fällen kann die Entwicklung von GI-Blutungen als Indikator für das Vorliegen eines nicht diagnostizierten medizinischen Zustands dienen. Einige Menschen mit GI-Blutungen bleiben aufgrund der mikroskopischen Natur ihrer Anwesenheit asymptomatisch, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht ohne die Hilfe eines Mikroskops gesehen werden kann. Wenn die GI-Blutung mikroskopisch klein ist, kann sie unentdeckt bleiben, bis das Individuum Symptome zu zeigen beginnt. Die meisten Fälle von mikroskopischen gastrointestinalen Blutungen werden durch diagnostische Tests, einschließlich Stuhlprobenanalyse, festgestellt, wobei das Vorliegen eines anderen Zustands bestätigt oder ausgeschlossen wird. Abhängig von der Ursache des Blutverlusts können Individuen verschiedene Anzeichen und Symptome entwickeln. In den meisten Fällen wird das Blut entweder durch Erbrechen oder, meistens durch Stuhlgang, aus dem Körper ausgeschieden und weist deutliche Verfärbungen auf. Bei manchen Menschen treten im frühen Stadium der gastrointestinalen Blutung Bauchschmerzen und Unbehagen, Übelkeit und Verstopfung auf. Andere können Symptome wie Müdigkeit und unbeabsichtigten Gewichtsverlust entwickeln. Starke gastrointestinale Blutungen können auch zu Rektalblutungen führen, die ohne Stuhlgang auftreten. Unbehandelt können sich Magen-Darm-Blutungen verschlimmern und zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Obwohl die meisten Fälle von leichten gastrointestinalen Blutungen durch Ernährungsstörungen oder andere vorübergehende Faktoren ausgelöst werden und ohne Behandlung abklingen, können akute bis schwere Fälle von gastrointestinalen Blutungen zu Dehydration, Erbrechen von Blut und Anämie führen. Diejenigen, die unter starken Blutungen leiden und keine angemessene und unverzügliche Behandlung erhalten, können unter Schock leiden oder sterben. Es gibt verschiedene diagnostische Tests, die durchgeführt werden können, um die Ursache für mittelschwere bis schwere Magen-Darm-Blutungen zu bestimmen. Nach einer ersten körperlichen Untersuchung kann eine Reihe von bildgebenden Untersuchungen mit Schwerpunkt auf dem Magen-Darm-Trakt einschließlich Computertomographie und Röntgen bestellt werden. Es können auch Bluttests durchgeführt werden, um die Anzahl der Blutzellen und Blutplättchen zu bestimmen und das Vorhandensein von Anomalien oder charakteristischen Markern festzustellen, die auf bestimmte Zustände wie Anämie hinweisen. Die Behandlung von GI-Blutungen hängt vollständig von der Ursache der Blutung und der allgemeinen Gesundheit des Individuums ab. In den meisten Fällen ist die Behandlung recht simpel und umfasst Empfehlungen für die Änderung der Ernährung und des Lebensstils. Manchmal können Medikamente verschrieben werden. Wenn sich traditionelle Behandlungsansätze als unwirksam erweisen, können kompliziertere Maßnahmen ergriffen werden, die häufig einen Krankenhausaufenthalt erfordern, und Operationen zur Blutstellung und Bluttransfusionen umfassen.